Musik Nur wenige Meter vom traumhaften Rantumer Strand, zwischen Westerland und Hörnum, mitten in den Dünen. Da liegt das Mekka für Gourmets, Weinliebhaber und alle, die einfach nur Stiefel genießen wollen. Die Sansibar auf Sylt. Wir leben hier auf einem glücklichen Stückchen Erde. Das Glück hier leben zu dürfen ist die Voraussetzung. Wir haben hier ein Publikum, das wohl einzigartig ist weltweit. Weil so eine Komprimierung von Leuten, die in Deutschland was zu sagen haben, die schöne Sachen machen, die erfolgreich sind, das ist schon toll. Musik Wenn man es dann halt noch schafft, okay, ein bisschen habe ich auch dazu getan, dass dann auch das so ein kleiner Point wird auf der Insel, wo die Leute auch gerne hingehen. Aber das ist schon die Voraussetzung, dass man auf Süd lebt. Wenn ich jetzt dasselbe machen würde, in der Schwäbischen Alb, wo ich herkomme, würde das wahrscheinlich kein Mensch interessieren. Das Interesse weckt der unorthodoxe Gastronom Seckler, aber nicht alleine, sondern mit einer täglich aufs Neue hochmotivierten Mannschaft. Ich brauche natürliche Menschen, wo auf die Menschen zugehen. Wir nehmen leider nur noch, fast nur noch gelernte Kräfte. Aber trotzdem sind Quereinsteiger manchmal auch sehr, sehr gut. Weil die noch auf das Wichtige, ihr Augenmerk lenken. Und nicht, es muss so sein, muss so sein. Diese komischen Gastronomieregeln, wo man vor tausend Jahren mal eine erfunden hat, wo die Wert drauflegen, das Brot muss da liegen und nicht da. Oder dies, ist mir egal. Das Brot muss da liegen, wo ich es brauche. Und nicht, wo es hin muss. Müssen tut gar nichts in der Gastronomie. Und das müssen wir vielleicht alle ein bisschen lernen. Ich muss mich auch jedes Jahr noch mal oder jeden Tag noch mal zusammenreißen. Und zu sagen, Mensch, aber du lebst von den Gästen, nicht die Gäste von dir. Weil du musst gucken, dass die es schön haben. Nicht, was ist richtig, was ist falsch. Die Mache der Sansibar scheinen aber alles richtig zu machen. Was sie auch anpacken, es klappt. Unser neuer Superstar sind Kleidung. Wir haben einen ganz tollen Textilshop, wo immer mehr läuft und wo jetzt bundesweit vertrieben wird. Zurzeit kümmere ich mich nicht um Wein, ich kümmere mich um Pima-Kotten und um so Sachen. Das ist, ich mache einfach das, was ich mache, richtig oder gar nicht. Und wenn ich dann was mache, dann kümmere ich mich da auch intensiv drum. Ein einfaches Erfolgsrezept. Leidenschaft und Partnerschaft. Zum Beispiel mit Michael Hamann und dem Wein. Natürlich hat man im Laufe der Jahre auch wichtige Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wo man lernen kann. Wichtig ist halt immer, dass man zuhört und lernt. Aber es ist Leidenschaft Wein. Leidenschaft ist mein Beruf. Wein ist, gehört zu meinem Beruf. Wein ist das wichtigste Mittel, um, sagen wir mal, das bisschen Kultur, Essenskultur, zusammen sitzen, reden. Diesen Zweig, das ist Wein ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn sie mehr, wie glückliche Menschen malen, das ist eine große Gabe, wenn man das hat, kann und darf. grading Menschen mal. Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal.